herr hey leute jetzt mal wieder euer dragon ray und heute zeigen wir euch das easter egg also ich hier mit dominik hey dominik hallo er ist es ist der entlast am besten die fiche in ruhe oder schön schnitzel dann muss ich mir die snipe kaufen weil ich brauche noch kurz geld ich hab das geld noch gar nicht er ist auch ein zwölf ich kann kaufen ich muss aber ich will es auch zeigen äh fehl ja wir müssen noch kurz den borcher setzen dass da neue fischer kommen ran an den borcher und dann weiter hab ich mir schon die snipe gekauft ja aber ich muss es doch zeigen ne Teiligung an hat er funktioniert fisch jetzt wo sind die scheißviecher du stinkst wahrscheinlich deswegen kommen sie nicht auf jeden fall kaum noch 100 da kommt sie da da ist er da da ist der lümmel noch 30 punkte holen weiß ich oder die du hängst da ist der hängst du gehst du gehst du bist du ganz einfach hier zu diesen dinge gehen da wartet schön schön ich würde auch in der konzern wie zu sehen und ist hier einmal das l anschießen warte mal wie war es denn jetzt ja genau das l hier dann müsst ihr das o anschießen dann müsst ihr wieder das l anschießen lol oh das ist nice jetzt töte mal die fliecher töte mal die fliecher ich sterbe auch und dann passiert sowas und kleines ist hier auf der karte das ist ja verliegen wir können die aufnahme ja dann kommst du dir die dinger zu den teddybären dinge aus den fischern raus ja ziemlich witzig könnt ihr auch nachmachen ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal tschau leute